Hi Leute und herzlich willkommen zum nächsten Kochvideo und auch zum nächsten Epoche, weil hier waren wir wirklich noch gar nicht gewesen. Und zwar geht es heute in die orientalische Richtung, zu einem Rezept aus dem 12. Jahrhundert. Und deswegen, also ich bin mal gespannt, hier ist es schon fertig das Essen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt schmecken wird. Und wie das jetzt gemacht wird, das seht ihr in diesem Video. So, in die heiße Pfanne geben wir jetzt die Zwiebeln, beziehungsweise eine Zwiebel, ich habe eine große Gemüsezwiebel hierfür genommen, das heißt im Rezept eine große Zwiebel. Das Ganze wird jetzt im Olivenöl schön angebraten, bis alles richtig schön glasig ist. Weil es sind, kommt das Fleisch hinzu, also das Hähnchenfleisch. Dies wird ebenfalls mit Umge rührt, sodass es richtig schön anbraten kann. Zunächst einmal öffnen wir den Granatapfel von oben. Wenn man dann an den Seiten herunterschneidet, kann man ihn wunderbar auseinanderbrechen und auspulen. Und das hier ist jetzt unsere Ausbeute. Ich habe das mal ein bisschen beschleunigt, denn das Poolen dauert ziemlich lange. Und zumindest wenn man ungeübt ist. Ich will nicht behaupten, dass es keinen gibt, der es schneller kann als ich. Aber so bleiben die Granatapfel nicht. Wir brauchen nur den Saft, das ist ganz, ganz wichtig. So, das gehen wir einfach jetzt hier rein. Und das machen wir jetzt so lange, bis die beiden Granatäpfel komplett zermürfelt sind. Wenn ihr es auf die Weise auspresst, wie ich, achtet drauf, nicht euer bestes Tuch zu nähen. Deswegen nehme ich das Küchenpapier. Mal ein bisschen die moderne Nutzen, die man heutzutage zur Verfügung hat. Denn dieser Saft färbt. Ich würde vielleicht auch kein weißes Oberteil nehmen sollen. Aber jetzt haben wir unseren Granatapfelsaft ausgepresst. Und hierzu geben wir jetzt noch etwas Zitrone. Und zwar ein ganzer Zitrone. So, ich hoffe, ihr habt mich schon... Nein, die ganze Zitrone meinte ich. Aber unsere Flüssigkeit ist noch nicht fertig. Jetzt kommt noch ein ganzer Tasse, beziehungsweise 250 Milliliter. Meinte ich nicht. Das Ganze wird jetzt schön verrührt. Und wir gehen wieder zum Fleisch. So, das Fleisch ist soweit durch. Jetzt geben wir hier unseren Saft bitte hinzu. Gleich eine wunderschöne Farbe. Das Ganze wird jetzt direkt auch verrührt. Und nun lassen wir es richtig aufkochen. Na, das hört echt mal interessant aus. So, dazu gebe ich jetzt nochmal frisch gemörserten Pfeffer und Salz. Und das Ganze wird jetzt für eine dreiviertel Stunde lang auf kleiner Flamme schmoren gelassen. So, noch eine dreiviertel Stunde, würde ich sagen, kann serviert werden. So, ich würde mal sagen, das ist das rosanste Ragout, was ich je gesehen habe. Oder Höhlerfrintersee, mag man es auch so nennen. Ähm, ja, bin jetzt einfach mal gespannt, weil ich kann mir momentan geschmacklich noch nichts darunter vorstellen. Das hat auf jeden Fall eine sehr, sehr fruchtige Note durch den Granatäpfel. Aber auch so leicht säuerlich war es so viel Zitronen, denke ich mal. Das ist ziemlich gut. Also, ich muss sagen, geschmacklich, sehr interessant. Und heiß. Aber, vorausgesetzt, es fährt mir eine zungelig rosa ein. Ist das ein ziemlich geiles Gericht. Definitiv mal ein fehlenswert nachzumachen. Definitiv. Okay, ich lasse mir das jetzt hier noch schmecken. Und vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mal gucken, wo es dahin geht, in welcher Epoche. Bis dahin, euer Schlemmeke-Mann. Ciao. Bis dahin, freuen wir uns in die Sendung, nur genau gehen. Wir sehen uns, Yeah, wir sehen uns vor sich was première, Untertitelung des ZDF, 2020